mit dem nicht okay vielleicht werde ich das noch bereuen aber ich möchte jetzt auch nicht 24 skulpturen da müsste ich ja drei lagerhäuser nur für skulpturen besetzen weil ein lagerhaus kann nur acht skulpturen haben so langsam sammeln sich hier die treiben ist ja schon ein schöner anblick so dies ja diese diese fülle an waren bronzebaren olivenöl wein holz ja holz ist nicht spezielles aber ich denke mal sehr schön wolle traktiver okay wenn dies attraktiver wollen dann kommt die doch gleichen denkmal jetzt sagt aktiv genug und die hier die sind einfach so halber am absterben keine ahnung warum das nicht funktioniert warum geht der haus hier nicht bis hier hinunter acht bewohner kommen adios das war noch prachtstrasse keine alle was mit denen ich gut attraktiver diese griechen sind auch verdammt anspruchsvoll so eigentlich nun sind gar nicht viele häuser wenn man so bedenkt könnte noch ein wenig nach hier oben expandieren soll ich soll ich nicht ich weiß nicht schweiß nicht so wie viel wein haben wir 20 nur noch 10 gut noch 10 am vorn wein spiele das ist ja nicht so dass wir irgendwie oliven im überfluss hätte trauben im überfluss hätten sonst könnten wir noch eine zweite noch eine dritte kälterei bauen aber hier liegt ja nur gerade eine traube in reserve die lassen wir die lassen wir okay jetzt bald halb zwölf fünf halb zwölf tut mir leid aber ich brauche selbst den wein ja ich weiß gar nicht so zu erzählen sie teuren ja ich bin auch müde das ist immer lustig solche sind immer genau die gleichen drei positionen hier hier bei diesem spiel muss ich auch nicht irgendwie angst haben dass das die festplatte voll ist weil ich weiß nicht ich glaube es liegt am spiel oder es liegt am aufnahmeprogramm wenn ich so eine halbe stunde aufnimmt sind das nur gerade zwei gigabyte das ist extremst wenig ich meine wenn ich mit fraps aufnehme eine stunde far cry dann sind das locker 140 gigabyte und darum kann ich bei diesem spiel auch so viel länger aufnehmen weil ich einfach die zeit dazu habe und auch den platz sowieso so an wochenenden und in der nacht da ja klar schlafen abschaffen wird darüber bewertet ne schlafen ist schön es gibt so tage da freue ich mich richtig wenn ich ins bett liegen kann und einfach schlafe und diesen ganzen stress mit schule und was auch immer vergessen kann dann ist es eine qual wenn man am nächsten morgen wieder um 6 uhr aufstehen muss schulsachen packen dann geht es in die schule und dann sitzt man dort zum teil auch über den mittag weil ja ich habe also am gymnasium ist es so dass wir zum teil nur gerade 45 minuten mittags passen haben dann lohnt sich das nicht heim zu gehen dann bleibt man dort und dann kommt man so halb fünf spätestens zehn nach sechs nach hause seit 6 uhr nein danke brauche ich nicht ja dann bist du seit 6 uhr früh auf den beinen sehr schön und kommst um 6 uhr spät wieder heim dann solltest du noch heils aufgaben machen die verzeihung der priesterin hat sich erfüllt sie haben europa aus thalus clown befreit und zu ihren brüdern nach griechenland zurückgebracht thalus allerdings ist erbost dass sie ihm die beute abgenommen haben und ist ihnen dicht auf den fersen das wollen wir ja sehen die hochzeit von harmonia und katmos war prachtvoll hefeistos aphrodite und aris waren anwesend und mit ihnen bedeutende herrscher aus der ganzen welt aris und aphrodite strahlten vor stolz als sie harmonia ihr geschenk überreichten aphrodite gab der braut eine herrliche halskette die hefeistos gemacht hatte aris schenkte ihr ein schönes reich geschmücktes gewand aber ihr hochzeitsgeschenk war das beste von allen sie brachten europa mit die endlich wieder mit ihren brüdern katmos tasos phoenix und zielix vereint wurde katmos und tasos waren so entzückt über die rückkehr ihrer schwester dass sie zu ihren standhaften verbündeten wurden phoenix und zielix öffneten ihre entfernten städte phoenixien und zilizien für den handel harmonia und katmos waren sich sogar einig ihnen gewand und halskette zu schenken allerdings hielten sie es für besser ihnen die geschenke später zu schicken in abwesenheit der götter um sie nicht zu beleidigen nur zweierlei warf einen schatten auf die feier erstens die angst talos könnte jeden moment auf der bildfläche erscheinen zweitens der schreckliche mangel an wein neuerdings ist wein in griechenland rar geworden abgesehen vom berg ziteron wo es ihnen hülle und fülle gibt gleichwohl weigert sich das volk des berges ziteron die vorräte zu teilen und behält den wein für sich ok jetzt müssen wir kolonie denkmal wie sieht denn das aus zwei heiligtümer ja komm da machen wir doase der afrodite die ist am billigsten oder wisst ihr was das machen wir erst in der nächsten folge ja so gut ja was machen wir dann ok ja ich hoffe es hat euch gefallen und annehmen vielen dank und ja ich hoffe wir sehen uns dann beim nächsten mal ja bis dann mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020